Und bis ich dann wieder die Zeit dazu finde, würde ich sagen, mach ich ganz kurz nur unterbrechen, ich bin sofort wieder da und melde mich wieder zurück. So, servus, das ist jetzt halt, ne? So, servus, was ist das für ein Satz? Das ist kein Satz. Egal, ähm, wieder zurück, genau da, hab kurz den Ton ausgeschaltet. Also, jetzt halt ganz ohne Ton ist, denke ich, mal angenehmer als die ganze Zeit dieses Rauschen. Und ich werd, muss ich drüberlegen, vielleicht, wenn ich passende finde, hoffen wir einfach mal, dass das Level nicht zu lange noch geht, sodass sich so ein bisschen was da finden lässt. Ansonsten, ja, wenn's jetzt sowieso gleich vorbei ist, was ich jetzt eher nicht glaub, hätte ich gesagt. Na gut, die Minute ohne Ingame-Sound kann man wahrscheinlich aushalten, aber ich hab die Befürchtung, dass das Level doch noch etwas länger geht. Und dementsprechend will ich euch natürlich auch nicht nur so das anschauen lassen, ohne irgendeinen Ton. Wenn mir jetzt gerade auffällt, muss ich jetzt ja wieder, ah, ich muss, mh, uh, ah, öh, ich muss ja wieder jetzt die Stimmen machen von denen, die ganzen, die eigentlich reden. Ähm, Tengus. Schön, dass mir der Name wieder einfällt. Dann, äh, machen wir uns mal ein Synchronisieren, wo unser Waschbärs abgehauen. Ach, komm, ne, hu, ha. Und gerade hier wieder ablästern über waschenden Waschbärs durch da, Typ, okay. Ah, Konnichiwa, Ninja. Ich glaube, du hast auf deiner Reise bereits meinen Zwillingsbruder getroffen. Er hat dich schon angekündigt. Wie kann ich helfen? Wir haben zwei neue Rezepte. Rezepte? Rezepte. Ähm, dann würde ich sagen, kauf mir mal alle Rezepte, weil irgendjemand gesagt hat, ich soll alle kaufen. Also, werden wir das da kaufen und das da kaufen. Und alles Gute, wir werden von deinem Erfolg profitieren. Naha, es geht immer nur um Profit. Und der Waschbär hat sich so lange aus dem Staub gemacht. So, gerade dachte ich, der bleibt vielleicht, aber nö, warum sollte er? Waschbär. Waschbär. Platz, Plätte unten. Juhu. Es geht alles schief, was man schief gehen kann. Windgrastempel. Bleib doch stehen, wenigstens. Wenigstens tu. Wenigstens tu mir ein eingefallene Änderung bleibt da. Tralala. Und tralali. So. Oh, zurück bei den Rüdigers. Immer noch beide da. Ich glaube, ich muss mich wohl oder übel für einen entscheiden. Wahrscheinlich treffe ich dann voll die falsche Wahl um so ein hinterlistiges Schwein, das mich von hinten absticht. Haha, Wortwitz. Gut, ähm. Niedermetzgott. Was hatten wir sonst noch? Ansonsten würde ich dann da hinten hingehen und die Typen besiegen. Und danach würde sich, glaube ich, das Level dann doch dem Ende... Naja, bitte, 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 bitte. Dann schaue ich mal, wie lange das Gesamte geht, ohne Ton. Und dementsprechend würde ich dann Musik drunterlegen oder nicht. Das ist eigentlich total sinnlos, dass ich jetzt noch darüber rede, ob ich Musik drunterlegen würde oder nicht. Weil, wenn ich Musik drunter lege, habe ich es jetzt schon längst getan. Und wenn... Also, wenn ihr es hört, habe ich es dann schon getan. Und wenn nicht, dann habe ich es halt nicht getan. Also, ihr werdet ja dann hören, ob ich es getan habe oder nicht. Wenn ich Gute finde, dann schon. Wenn ich Schlechte finde, dann nicht. Und ja, hören wir auf, für Musik zu reden. Und reden wir darüber, dass wir wieder bei unserem Freund Thora sind. Und ich finde, Thora ist irgendwie... Jetzt zack und zack und zack und zack und zack und zack. Ich habe so aus Instinkt herausgewählt, ein Wildschwein. Und hoffe, dass mein Instinkt mich nicht trügt. Und mit unseren ganzen 15 Frames hier metzeln wir uns durch Gegnerhorden. Ui, das ist ja echt... Grausam. Ist der jetzt zu nah oder ist der gerade am Sterben? Und die sind zu weit weg. Na toll. So, dann zack, 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 zack. Und gleich wieder zwei Energiekristallen. So, wunderbar, passt. Jetzt sind wir ja wieder an der Stelle da. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal so lange Gegner kommen, dass ich level up bin. Aber das Ganze mache ich natürlich hier nicht als Hero, das Ganze nicht langweilig wird, sondern als Thora. Ja, weggeklickt. Kennen wir schon. Ähm, Thora ist leicht besoffen. Thora ist leicht besoffen und so zieht sich noch den Weg zur Ausnüchterungszelle. In der Zwischenzeit eins. So, wählen wir ihn gleich mal aus. Ich muss mich ja ein bisschen hier mit dem seinen Kampfstil betraut machen. Fäh, betraut machen. Ich labere heute so eine Scheiße. Ich muss ja wissen, was ich hier, also wie ich, am besten mit Thora kämpfe, so. Falls es da mal hart auf hart kommt. Hart auf hart. Will man ja fortbereitet sein. Oh mein Gott, wie das stört. Verdammt, Mann. Wieso? Warum? Und weshalb? Die Welt kann so grausam sein. So, erstmal hier wieder warten, dass ein paar Gegner nachgespawnt sind. In der Zwischenzeit ein paar München sammeln. Kohle, Kohle, Kohle. Ach nee. So, ähm. So, all about the money, money, money. So, all about the money, money, money. Ein Needmore-Rezepte. So, dann machen wir uns hier eben so den Weg hier so. Dann Barth. Wir haben jetzt durchgedreht. Zack, alle niedergemetzelt. Gleich sind wir level up. Der, der uns hier gerade hinterher saust, ignorieren wir jetzt einfach mal ganz gekonnt. Einen lassen wir uns zur Absicherung mal da, ein Tier. Komm her. So, dann hier und zack und... Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Der ist sicher für einen Tiger und Wolverine ist ja nicht wirklich Tiger. Wolverine ist ja... Nein. Was, äh, Wolf? Nee. Das war doch irgendwie auch so, aber irgendwie so ein Tier. Ja. Ja. Im Kreislauf. Im Kreislauf PF cima. Zack, 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 zack. Rauch, mit dem kann man ganz gut arbeiten. So. Noch ein Tipp. Und danach würde ich sagen... Machen wir hier mal lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Guck mal, das kann nicht nur Hiro, das können auch alle anderen. Bats. Ja, also da hätte ich jetzt schon erwartet, dass ich dadurch Level abgehe. Oh, wieso bin ich wieder Hiro? Kann wohl doch nur Hiro sowas. Und ich würde sagen, genau den Zauber haben wir noch gar nicht entdeckt. Na gut, dann vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass wenigstens eins von den Tieren noch da ist, wenn wir wiederkommen. Hier und zack, Level ab. Jawohl. Das war die letzte, die es noch gefehlt hat. Aufblicksbelohnung, du kannst jetzt mit deiner Energie, mein Crew zu... Ne? Ein zusätzliches Ziel attackieren. Habt bestimmt verstanden. Und, oh, sagenhaft 28 Frames. Ich bin so glücklich. Das ist so schön. Nicht Wahnsinn, was? Jetzt funktionieren die Frames. Kann vielleicht ja auch der Ton funktionieren. Oh, oh, ich hab ein ganz dummes Gefühl. Ich bin gleich wieder da. So, und meine Vorahnung hat sich bestätigt. Ich bin der größte Held auf Erden. Dadurch, dass ich den Systemsound auf ganz leise gestellt habe, ist jetzt meine Stimme ebenfalls ganz leise. Ah, da hatten wir das Windröhrchen her, okay. Und dadurch, dass meine Stimme ganz leise ist, darf ich die Sachen nochmal total nachbearbeiten. Und klingt dann, wie ich finde, nicht so schön. Jetzt aber erst mal gucken. Ja, wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Oh, hier waren es zwei, da waren es sieben. Ne, da war es zwei. Oder? Da waren es zwei, da waren es drei und da waren es sieben. So, ich hoffe. Bitte, bitte, bitte. Hallo? Oh, ah ja. Mhm. Ich bin mal wieder der... Oh, Mann. Es tut mir so leid, was heute alles schief geht, ist unglaublich. Gut, dann anders. Okay, dreimal dürft ihr raten, was für ein Satz jetzt kommt. Erster Versuch. Zweiter Versuch. Dritter Versuch. Jetzt kommt die Auflösung. Ich bin gleich wieder da. Oh, wer hätte es gedacht? Und da bin ich auch schon wieder zurück, ohne lange zu zögern oder zu dingsen. Oh, Mann, das tut mir so, 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 so sehr leid. Ach, das ist... Also, wie ich schon sagte, so, 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 so. Das ist alles so doof leucht. Hab jetzt gerade nochmal geschaut Der Ton von Mininitas funktioniert Natürlich, immer noch nicht Was hab ich auch erwartet So, hier können wir Im Grunde Ah Schön Let me guess Den Zauber haben wir schon Hätten wir hier gar nicht hinlaufen müssen Sehr gut, wir haben es trotzdem gemacht Nein, 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 komm schon Glück gehabt Ja, jetzt macht er das Ich wollte eigentlich, dass er das vorher die ganze Zeit macht Da ist aber immer nur die Wand normal hochgelaufen So, dann so Und so Komm, hüpf Die hüpf, die hüpf, die hüpf, die hüpf Wo ist er denn? Da ist er Hallo hier, wie geht's uns denn heute So, also Ja, der Ton von Mininitas funktioniert Immer noch nicht Wenigstens sind die Framezahlen jetzt einigermaßen in Ordnung Vielleicht war die Statusmeldung von unserem Raumschiff Nun geht's weiter mit dem Spielen und den Frame-Einbrüchen Bald Auch nur irgendwas ist bricht es so extrem ein Das ist doch nicht normal Es ist doch nicht normal, Leute Was ist passiert? Was ist nur geschehen? Alles hat sich verändert Alles Gut Ich wollte eigentlich so Und dachte Das hält jetzt gar nicht Ich zeig mit dem Finger auf dem Monitor Und denke, das hält's Ich wollte eigentlich da hinten lang laufen Wie kann ich denn das zeigen? Ähm, so Nein, warte So, so, so Ich wollte eigentlich Hier, dann da hinten zum Schreien Dann nach da Und hier über die Brücke laufen Um dann da nochmal zu speichern Beim Schreien da hinten Dann mache ich das jetzt halt anders Ich laufe so Schalte die von hinten Ich bin klug Ich laufe so Schalte die von hinten aus Und laufe dann zum Schreien Und sammle auf dem Weg So viele Pflanzen wie möglich ein Tralalala Stock, häng Stock, stock, stock Häng, häng Stock Sound Krrksch Ich schreibe gerade Die wichtigsten Ereignisse In diesem Let's Play Krrksch Stock Au Peng Ich bin kurz weg Gab sonst irgendwas? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Das war so ziemlich So Dann würde ich sagen Die hier kurz alle gemacht Das da kurz gesammelt Und die hier kurz zerstört Woho Woho Da gab es den einen Trick Der mir auch gesagt wurde Hoppa Hoppa Den ich dann jetzt mal probieren werde So Einmal hier Und dann Stelle ich mich Hier am besten in die Mitte Kann ich den anvisieren? Nein, kann ich nicht Gut, dann So hier Kann ich jetzt Gut, dann Noch ein bisschen zurück Aufpassen, dass ich ja keinen anvisiere Ah, jetzt So, dann mache ich zuerst den Dann Den Dann Den Und dann Den Und dann Oh Falsche Reihenfolge Hinschießen Zu dumm zum Schießen Zu dumm zum Schießen Na, also passt doch So, dann snipern wir die hier Einen nach dem anderen weg Und dann Hat sich die Sache erstmal erledigt Die Die Da können wir auch noch kurz Und schmerzlos Mach keinen Bock Klar Zock Patz Komm Lauf Schneller Ja Ja